...und so ein bisschen. Wunderschön. Zweiten Mal ein Abruf der Orte. So. Wir haben heute mit der Kategorie den Wahl gestartet. Mit einer guten Vorfahrt. Das heißt, wir sind jetzt für den Wacker. Und wir haben heute mit den Wahl�ätern, Wir wollen auch das Ganze für kürzliche Aufräume und Kammenschöster über die Führung. Sehr schön, Carmen, sehr schön! Und, hey meine Männer, die beiden neue Räderinnen, die hier schon so ganz mehrere Jahre gelaufen sind und die auch wunderbar, weil sie sich auf die 2.000 Euro vorgesehen haben. Jetzt ist es nur noch ganz, und ich sage das auch, dass wir jetzt noch nie gehen, das machen wir alle! TEMPO! Ja, ja! Wir haben mehr! Wir haben mehr! Wir haben mehr! Vielen Dank, meine Damen und Herren! Gauermann und den deutschen deutschen Sportverein! Zwei, acht, zehn, vier!